Mein Opa hat mit ohne Spiele gesessen. Der war da 5,86. Topfit. Hat schlecht gesehen, aber topfit. Und ich hab mal wieder geschossen. Der ist als zum Zimmer reingekommen, ohne Abklopfe, mit seinem Hut. Und alles klar. Und ich schiesse da. Ist er so knapp vor dem Bildschirm. Hat er gesagt, weißt du das? Ach so sind das die Ballerspiele. So ein Blödsinn. Früher hat man die Leute an der frischen Luft erschossen. Und dann ist er wieder raus. Albern frei. Mein Opa, albern frei. Ein Mann mit Humor. Oh, den darfst du halt auch nicht mehr sagen. Du musst aufbeißen. Ja, mein Opa, der war ja kein Nazi, muss man sagen. War kein Nazi. Mein Opa war kein Nazi. Der war Mitläufer. Überzeugter Mitläufer. Aber immer gut ruft. Der hat immer gesungen. Jeder Stoß, ein Franzos, jeder Schuss, ein Russ. Meine Opa, elke제� Vielen Dank.